GG Was will er denn jetzt hier? Was war das für ein Reflex, Mann Einfach nur hier den machen, guck Komm, Lea, komm Jetzt kannst du's holen Jetzt, hol's, hol's Komm, Lea Ja, danke Boah, das war ein nicer Move Ja Aber ich hab ihn geteilt So, let's go Oh, es kommt einer, oh wow Lea, es kommt einer So, let's go Ne, ne Der eine hat schon zugebracht Ah, lol, hä, ich hab mein Schwert Getroppt, warum? Die kommen weiter, die kommen, immer noch Das ist aber alles im Rahmen gerade Du bleibst einfach zurück Ja Alter, was ein nicer Safe, Mann Und... Nein, oh shit, Mann Ey, das war so ein nicer Safe Hast du das ges... Ey, das muss eigentlich Geklippt werden Oh shit, alter Ja, ich hab ihn Sieht grad unerlebt Das sieht auch schon gut aus Unser Bett ist weg Ähm, ich weiß nicht, wo er kam tatsächlich Aber ich bin tot Es tut mir leid Ich hab ihn nicht gesehen Oh nooo, jetzt bin ich ja wieder alleine Lea Und der kommt, ist über den Weg her gelaufen Alles klar Ich hab nicht gesehen, dass er auch noch anders weil wir erkannt haben tatsächlich Okay, wenn er hier herläuft weiß er das, äh Oder ist das ein Stream Sniper Okay Shit, alter 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 Der sucht mich Aber wie Okay Hä Was ist er für ein Lump, alter Guck mal Wie er mich sucht Ich gönne ihm den Kill nicht Da spring ich lieber runter Alles Ja, gelb Gelb ist runter Der wollte ich grad Jetzt fehlen die Weide da auch nicht Vielleicht Was wird denn das? Warum tragen die das auf unseren Rücken aus? Jetzt aber Jetzt aber Oh mein Gott Wie kann man sich denn bitte so retten? Ha Aber gelb clear das für uns Vertrauen ja Die sind unten Ja Da ist er So, die holen unser Bett Ah ne, die laufen weiter Ne Neuer gelber Beide die gelben da Der andere gelbe kommt von da Du gehst drauf Fang an ihn zu hitten Go Er flüchtet Natürlich nach vorne Alles klar Kill dich Ja genau, mach das Ich baue sein Bett ab Max, du musstest jetzt verteidigen Aber sowas von Tust du's? Ey, werd er nicht nach vorne abgehauen Schaffst du's Max? Hab ihn Hab ihn Als ob Tod? Ich musste ihn killen Ja, sorry Ah, das Bett war weg Lol Ne, er hat die Runde verlassen Ey, komm schon Ich hab ihn ins Bett gehabt jetzt Okay, er will nur Gold holen Alles klar Ich hol der ein Bett Let's go Zack Und ich hab's Yes Kann's halt sein, dass die pushen Oh, nice Oh, nice Die sind jetzt in der Mitte Können auf keinen Fall runterfallen So Geiler Endfight Wobei Max ist noch da Scheiße Mit dem müssen wir aufpassen Ciao Ja, I'm down Zweiter Down Geil